Schon wieder spawnen wir dort. Digga, wir spawnen. Lass nicht, lass nicht dort hin. Nein, lass die Anrichtung gehen. Hier hin, oder? Wohin? Hab markiert. Geh nur safe rechts. Äh... Safe rechts. Achso, wird mir nicht angezeigt markiert, aber... Okay. Hauptspannwerk, da unten? Na, na. Keine Ahnung, gut. Oben im Norden war das. Okay. Aber muss der Liga nicht einfach was machen? Oder machen das die da einzeln? Ne, ist kein... Was denn? Was genau? Das ist äh... Spawn. Ne, das ist random. Das ist aussuchen. Wir können ja nicht aussuchen, leider. Also die Richtung. Wir gehen direkt links dann lang. Aber bist du so? Wir gehen jetzt raus. Achso, wir können... Ne, 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 du hast recht. Lass unten lang, lass unten lang. Hast recht. Dann laufen wir dir nicht in die Arme rein. Wie vorhin. Hier kann man Sachen einfach einpacken und mal... Doppelklick. Was einpacken? Äh, von der Lootkiste. Ja, doppelklick. Ich höre rechts Schritte, aber ich glaube das sind Bots. Wird tot. Na Spaß. Das wär funny. Welchen nennen wir den blauen? Den blauen, genau. Aber wir können dann auch zum grünen laufen eigentlich. Da sind NPCs? Danach, ja. Die sind rechts reingegangen. Ich glaube beim blauen Zelt gibt es auch einen Boss, der da rumläuft. Oh geil, Boardcamper. Na. Kann ich klettern? Ne. Müsst ihr den aber nicht so hoch. Hier hinten dran waren Steps irgendwo? Ja. Weiß nicht. Auf der Straße, dead. Habt ihr? Ja. Ja. Hier sind Mäuse. Haha. Es gibt so viele Mäuse im Spiel. So wie, sowas hier gleich ins zweite Stocker rein. Ich warte hier. Ich geh unten rein. Safe? Alles gut. Ja, ja. Geht ruhig da rein. Alles gut. Oh, cool. Ja. Oh mein Gott. Ich hab wieder leichte Legs. Hier unter uns sind welche. Hier unter uns sind welche. Oh, hier bei mir. Okay. Alles gut, war ein Piss. Achso, das bist du gewesen. Ja, ja. Alles geht? Oh, nee. Oha. Oha, was ist mit dem? Ja, das ist der Boss. Das ist teleportiert. Hä? Das ist einfach Ninja. Ja, das ist der Boss. Ich hab ganz im Magazin reingepackt. Der Ninja ist Boss. Er ist tot. Sehr gut. Nice. Käpt'n der Wache, Alter. Ja, das war der. Ja, das war der. Gar nix. Aber das ist die Creme, ey. Ich geh runter, der ist so stark. Ich hab ein Magazin reingeballert, ne? Ja, ja, ich auch. Wer hat das Feuer gemacht von euch? Oh, der hat ne MG gehabt, Digga. Geil. Ohohohoho. Ich glaube, MG hat übelst nen Rückschluss, muss man aufpassen. Juckt. Juckt nicht? Nee. Gar nicht. Nee. MG ist MG. Lass wieder hoch, oder? Ja. Lass hochgehen. Den, äh... Fängen checken. Okay, ich bin safe. Okay, Protein gefunden, Alter. Geh an dir. Erstmal ne Pumpen gehen, ne Runde. Hm. Bist du? I'm coming upstairs. How do I get here hoch? How do I get here hoch? Ja, wie komm ich nach oben? Wer schießt? Alles gell? Ja, geil. MG, oder? Gibt's Friendly-File? Äh, ich glaube nicht. Bei mir rennt einer rum. Zack, Wallah? Wallah? Ich hack mich im Mainframe. Ich bin am Frisor. Wie talst du denn diese scheiß Laser aus, Mann? Äh, geht nicht. Ah, cooles Game. Deinstalliert. Frisor ist gehackt. Stabil. War nur so eine scheiß Kette oder sowas drin. Für läppische 17.000, Alter. Bro. Soll ich irgendwas machen? Irgendwie hacken, maßen? Wie geht das? Ähm, was willst du nicht? Ich mache irgendwie einen Hebel runter jetzt. Ah ja, das ist für eine Dump-Exception. Passt. Aber wir müssen Strom anziehen. Oh Gott. Der denn her? Bot. Bin auf dem Weg zur Uni. Ich habe ein komplettes PC-Set. Ich kann mir einen PC aufbauen. Machst du Livestream? Sagst du das? Ich mach mal nie aus. Red stript einfach Hack-System wie in Pokémon. Er macht einfach so Livestream von Arbeit aus, weißt du? Ja. Weil wir ja Gangster sind. Also, egal. Er war nicht lustig, weiß. Kommst du nicht ran? Nee, hast die Karte nicht. Oh, scheiße. Das war eine Rockgranate. Der will uns umbringen einfach. Ich wollte H drücken. Habe aus Versehen G gedrückt, Alter. Was nebendran ist. Hier liegen Leichen rum, aber ich war es nicht. Was machen wir jetzt? Ja, ja. Du warst es. Gibst zu. War jemand schon noch safe hier? Wo ich bin? Nee. Der ist gelootet. Hier war jemand. Ach so. In dem. Doch, doch, doch. Sorry, sorry. Da war ich. Ok, ok, ok. Kurz einkommen. Hier bei mir Schritte, aber könnte ein Bot sein. Ja, wir kommen gerade zu dir. Da. Da ist doch gar nichts. Wir sind es. Nee, nee. Richtung Osten. Höre ich irgendwas. Ich komme gleich wieder. Muss kurz sein. Na, super Alter. Macher. Ja. Ja. Er geht erstmal auf K. Oh, ich höre hier irgendeinen Sniper oder so. Hier kommt einer. Ja, ja. Ich höre die auch statt. Unter uns ist es, oder? Ja. Das war die Jungs wieder. Ja. Ja. Pass auf, hinter dir ist die Treppe direkt, Oni. Er ist hinter mir? Hier. Dann war direkt die Treppe. Und du stehst, du stehst so, weißt du? Ja, weil ich ihn irgendwie hier links höre. Ich höre ihn nicht. Ja, ja. Aber ich glaube, der ist unter uns. Müssen wir mal nachschauen gehen. Du stehst, Oni, du brauchst irgendwas. Du musst irgendwas nehmen. Okay. War noch ein NPC. Äh, wenn du Tab und dann Gesundheit oben links klickst, dann siehst du, glaube ich, was du benutzen musst. Wie sehe ich das? Tab und dann oben links auf Gesundheit klicken. Und dann siehst du deinen Körper. Ja, ja. Und dann musst du irgendwas... Oh, das sagt nichts. Ah, sagt nichts? Ah, okay. Und wenn du, und, wenn du geh mal raus und links auf die 5 klickst, dann gibt's irgendwas. Kein Körperteil verletzt. Kein Körperteil? Okay, gut. Okay. Ich weiß nicht, warum du geschehen hast. Stöhns gerne, ha? Wer schießt denn hier rum? Das ist ein Spieler, oder? Bist du, Simon? Ja, wahrscheinlich, Alter. Ich schieß nicht. Schießt du, Simon? Nee, nee, ich schieß nicht. Okay. Ich renn kurz. Wer war das mit der Tür? Ist der Spieler? Ich. Und Ping? Auf der anderen Seite, oder was? Ja. Zwei Spieler. Ficken wir den? Ja, ist in der PC gerade. Dahinten ist auch noch einer. Scheiß... Da ist so low. Lol. Ich hätte auf Single-Fire machen sollen. Shit. Wo ist der hin? Die sind da... Da ist... Na... Hier, in dem... Nach links gerannt. Einer ist rechts. Einer ist nur hier unter der Wand. Oh, die schießen auf mich? Ja. Ich geh mal runter. Ich geh mal rechts raus. Wir haben einen Trauerfahrer gespissen, die sind nach rechts gelaufen gerade. Okay. Also vom Haus weg nach rechts. Also vom Haus weg nach rechts. Geht's ohne. Kann auch sein, dass die durch den Ausbruch nach hinten weg sind, ne? Ah, du siehst nichts noch, oder, Simon? Ne, ne. Ich wechsle gerade das Fenster. Oh, da ist noch einer. Da am Eck, warte. Der hielt sich wahrscheinlich jetzt. Solange wie der gerade weg bleibt. Hm. Sehen die meine Laser oder nicht? Ich glaub warum. Wie krass ist das Laser? Weißt du? Oh. Was war's? Fisch? Ja. Auf mich. Ah. Gesehen? Hier unten? Ja, wir auch gesehen. Schön, schön, schön. Haha, geil. Ich geh rechts irgendwas hier. Ohne. Ja. Hab wir einen. Hab ihn genug. Ich schmeiß ne Rauchgranate rein. Ja. Ich lauf längs lang. Ohne, das ist von links. Er liegt da in dem Busch. Hast du tot? Schön, du hast ihn. Schön, schön. Alles tot. Nice, alter. Sehr gut. Wichser liegt hier einfach im Busch rum, alter. Ampe. Oh, Oni. Komm her, komm her. Komm her. Gönn dir. Du bist neu. Gönn dir. Nein, nein, nimm ruhig. Jetzt hält sie gleich die Waffe wie Oni. Haha. Jesus. Boah, wie heal die hatten, Digga. Das ist geistkrank. Also die werden uns so hassen, wie gestern, wo wir den ausgelöscht haben. Ach, vorgestern. Weißt du noch? Wo auch komplett voll war, alter. Guter Mann. Der hat ja dieser Rick gehabt. Ja, der hier auch bei mir. Cool. Oh, scheiße. Ich will nicht das MG da lassen. Nein. Aaaaaaah. Meiner hat noch einen blauen Rucksack, was einer braucht. Der hat eine AKM und eine AKS, alter. Stabil. Meiner hat nur eine blaue Rüstung, weiß nicht, was Platz hat, um mitzunehmen. Ne, ich habe eine Lilane von dem gelootet. Okay, Proteine und den ganzen Bums. Der hat hier noch eine lila, eine taktische Weste. Will die jemand von euch haben? Ne, hab eine. Was ist Lila? Welches Level ist das? Beste. Ziemlich gut. Zweitbeste. Ja, 14 Slots hat er hier. Tschüss. Ich schmeiß die hier auf den Boden. Oh, die muss ich heilen. Oh, der hat Simon heilt dich. Oh. Danke. Du bist so ein gutes Team. Wir machen. Ich komm. Das sind die geilsten. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Also was ist das? Das ist ein taktisches Ding. Rick. Da muss ich meine Sachen erstmal rauswerfen, ne? Ne, du kannst Rucksack ansehen machen. Glaube ich. Oder? Ah ja, stimmt. Ah, ok, ok, ok. Dann kannst du deine Sachen einfach direkt da reinpacken, weißt du? Ja. Und dann ziehst du danach das an. Und dann hat er hier noch zwei Waffen. Ich weiß nicht, was für Langwaffen du dabei hast. Langwaffen. Langwaffen. Langwaffen, alter GTA-RP. Langwaffen, Alter. Langwaffen, Alter. Ne, der hat hier auf jeden Fall noch eine AKM und eine AKRS. Ach, eine AKS. Ich weiß nicht, ob du was mitnehmen willst. Ich weiß nicht, ob du was mitnehmen willst. Ich habe eine AKS 74. Welches denn da besser? Keine Ahnung. Weil du besser gemodelt bist. Ich glaube ich kann es tragen. Stepp, Stepp. Ja, Stepp. Ja, Stepp. Ja, Stepp. Ja, hinter uns, da wo wir gekommen sind. Du kannst Laserbeute ausmachen mit Y. Oh, ich liebe euch. Suchen. Ah, okay. Die sind viel, viel besser als die Schmuchwaffe, die ich jetzt anhab. Digga, er hat einfach einen Standard Westen-Reparaturset dabei, ne? Geil. Wollt ihr eure Weste reparieren? Ähm, ne, ich habe genug. Oder kannst du nicht? Oh, ne? Warte, äh, ablegen. Ich muss kurz gucken. Ich kann nicht ablegen, warum? Ablegen. Nicht genug Platz im Rucksack. Achso, ich muss fallen lassen. Ich bin ein Bastard. Wie viel hat deine Weste noch? Wie viel hat deine Weste noch? 16 nur noch, 16. Ja, ja, ne Uni. Hier, guck mal. Liegt hier. Musst du einfach auf die Weste dann draufziehen. Lord, what the fuck? Wer ist das Item? Rüstungsverbesserung? Äh, Standard... Ja, jetzt sehe ich es nicht mehr. Standard irgendwas. Ah, Standard Westen-Reparatur. Ist es komplett verbraucht, oder? Nee, das hat noch bisschen. Nee, das hat noch bisschen. Sonst werde ich das wieder mitnehmen. Okay, ja, okay. Fallen lassen. Nice. Wie viel Platz brauche ich, um eine Waffe mitzunehmen? Warte mal, wenn ich das hier fallen lasse... Kann ich die reinbauen? Jawoll, geil. Okay. Okay. Wollen wir los? Ja. Ähm... Wollt ihr schon raus, oder? Warte mal... Haben die noch irgendwo Muni? Wieso habe ich so wenig Muni? Das kann doch gar nicht sein. Hast du es in einer Rig drin? Das darf nicht im Rucksack sein. Man muss schon Rosenzarschen, oder? Ich habe die Arkaden auch mitgenommen, die du da hingeschmissen hattest. Ja. Warte mal, ich brauche einen anderen Helm. Bist du absolut... Trash? Achso, äh... Hier, hier, guck mal. Ich hätte den gern mitgenommen, aber egal. Hier. Den musst du später nur reparieren. Nein, der ist halt kaputt, aber der ist, äh... Lila. Ja, wo ist der hin? Ah, unter dir. Auf dem Boden. Ne, was? Nein. Hast du den aufgesetzt, vielleicht? Achso. Nicht genügend Platz war da. Zieh den Lila dann an. Ja. Der ist kaputt, aber... Du kannst ihn später reparieren, aber das ist halt Lila, weißt du? Ja. Ja. Hier, nimm dein Ding mit. Dein Reparator-Ding. Habe ich doch. Ja. Achso, dann ist da noch eins. Habe ich gar nicht, ne? Habe ich noch. Ah, okay. Dann... Habt ihr alle unter 50 Kilo? So will ich? Äh, ja. 43. Wo sehe ich das? Und links im Sa. Ja, ja. Dann können wir hier dann eher raus direkt. Ich würde gerne nochmal... Der hat auch noch ne... 25 K. Wo lag denn der dritte eigentlich? Äh... Kann ich dir zeigen? Warte. Warte. Oh, der hat auch ne krasse Weste. Mega. Der hat auch ne Vierer Weste. Hier, Simon. Also ne... Ach, hier hinten ein Bus hat er wegen. Hier lag der, ja, ja. Hab ihn gekillt. Die Sau. Die haben nicht schlecht gespielt, aber... Aber die kostet nur 12 K. Also, wenn... Die ist lila, aber die ist halt nur 12 K. Also, weil die kaputt ist gerade, ne? Ja, das kann auch sein. Aber Preise sind nicht immer. Ich hab mal was für 80 gehabt, dann war es nur 60 wert. Ja, ja. Es kommt halt drauf an, einfach. Jo. Gesundheit. Okay. Gesundheit vor allem. Der hat voll viel Healing, der Typ hier. Nice. So, okay. Dann lass los, oder? Jo. Wo willst du raus? Hab markiert. Ah, hier sieht's gar nicht, oder? Osten? Ah doch, da oben. Jaja. Ich glaub, wir müssen rechts rum. Entweder rechts rum, oder links mit nem Seilzug hoch. Echt? Da lass der Seilzug nicht, ich will sehen. Boah, ich will auch sehen. Also, ich denk mal, dass das funktioniert. Wie viele Mäuse laufen hier rum eigentlich? Ich schwör, das ist richtig, oder Junge? Ist auch manchmal mega nervig, einfach. Mach kurz Full Sprint dahin. Alles geil, das kann ich leider nicht. Alles geht gar nicht. Wir haben sowas nicht Full Sprint. Wo lang? Hier hoch? Rechts, links. Rechts? Rechts? Ah. Dennis schreibt, also der Multiplayer und Extraction muss laufen auf Unreal Engine 4 und Kampagne auf Unreal Engine 5. Ich glaub, wir müssen hier hoch. Ja, ja, man kommt da doch nicht. Doch nicht? Wir müssen einfach mir folgen. Okay. Ich kenn den Weg, Kappa. Ey, wir müssen Parkour machen. Na! Okay, Psycho. Ich hab keine Auswahl deswegen. Ich will aber das Multiplayer auch auf Unreal Engine 5. Da ist ne Lootkiste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, ich sag, ob's was gelohnt hat. Strom, das ist ein Netzteil für den PC. Und hier hoch. Echt? Ja. Ich brauch kurz auf. Wie bist du auch gekommen? Einfach auf die Wand spüren. Das ist ja cool. Das ist ein kleines Jump'n'Run. Ja, Mann. Wer runterfällt, der Stott. Äh, Kratos ist zurück. Hallo. Wer runterfällt, der Stott. Hast du einen neuen PC schon gebaut? Junge, wohin führt ihr uns? Nein, du Bastard. Nein, nein. Hi. Ah, hier ist auch noch ne Kiste, Lul. Lul, Lul. Das wusstest du, ne? Du wolltest es runter. Was ist da drin? Oh, was ist das? Da ist ne Waffe drin. Ne Öffnung zum täglichen Drops. Geheimen Protokollkiste. Nicht genügen Platz. Details ist mögliche Öffnung. Ist da so ne M4A1. Weißt du, was wir da einfach machen? Warte, ich schmeiß mal ein bisschen Zeug. Die Sniper Spot hier. Heilige Scheiße. Ey, wir kommen hier wieder hoch. Ja, hier gehst du weiter hoch. Ich hab die Kiste ins Inventar genommen einfach. Geil. Wir haben elf Minuten, alles gut. Oder wir kommen hier nicht mehr hoch. Doch, ihr schafft das. Ich glaub, wir müssen restarten. Hä? Wie hast du was gemacht? Auf diese Stange und dann auf... Ach, Digga. Oh mein Gott, ich bin nach hinten gesprungen, weil ich fett hässlich bin. Aber wie komm ich dann? Ach so, da. Digga! Ihr schafft das, ich glaub an euch. Ja, ich glaub, das ist bei mir wegen Gewicht, ne? Kann das sein? Na. Ist so fett. Oder? Genau das nämlich, glaub ich auch. Ich bin tot. Ich bin tot. Du bist nicht tot. Ich hab mein Beige gebrochen, was muss ich machen? Dieses OP-Kid. Wenn du dich über mich beschweren möchtest, Kratos, dann mach's bei mir. So. Und nicht über andere. Erstens, dass... Zweitens, was... Dass... Dass er was nicht hat? Fick ihn. Keine Rolle auf Discord, die Viewer geben hat. Also ist so. Hä? Ich bin... Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Das ist gefährlich, Jungs, was wir hier machen. Das läuft nicht so gut. Warte mal! Stopp! Abbruch! Warte mal, was? Ich hab's gefunden. Ihr habt die Sardos schon gefunden. Ihr müsst nicht... Hier... Ah, ihr müsst nur zu... Hä? Ich krieg einfach Damage. Bro, ich check's nicht. Ich glaub, deine Beine sind kaputt. Wie mach ich denn das? Fuck. Mit dem... Mit dem... Mit dem... Mit dem OP-Kit. Ah, okay. Äh, du bist richtig, Simon. Musst runter springen. Ah, man ist die Beine ein bisschen kaputt. Muss ich hier lang? Ist das richtig? Ja. Da gibt's das Hydrogen hier. Und jetzt sag mir nicht... Ich bin wieder runter gefallen. Stange, Alter. Ey, Bro, ich hab keine Lust mehr. Ey, Rick, wieso machst du das nochmal? Nein! Weil ich aus dir runter gefallen bin. Ich stepp. Digga, ihr müsst hier nicht springen bei der Stange, ne? Ihr könnt hier lang laufen einfach. Zu dir? Laufen? Nee. Nein, 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 nein. Was anderes. Achso, okay. Also hier hinten. Ich bin jetzt auf der Zips-Line. Bin oben. Warte... Warte... Ja, alles gut, alles gut. Ich komm wieder runter. Komm. Ich brauche es aber... Ah ja, die Stange ist echt egal. Er schaut... Du kannst... Hey! Alles gut, du musst nicht... Du musst einfach auf meiner Ebene bleiben. Du musst nicht zur Stange... Ah, okay, das ist jetzt aber... Reserviert. Ich hab keine Angst. Warte, warte kurz, warte kurz. Er ist der größte Ruf. Also neun Minuten habt ihr noch. Denkt ihr... Denkt ihr, ihr schafft das? Ich glaube ja. Hey, warte mal auf mich, Rick. Ich glaub auch. Ich glaub an euch. Ich hab Angst. Ich glaub an euch. So, dann warte, ich brauch was da. Aber jetzt wird's ein bisschen denken. Du musst hier hoch. Ja. Ja. Sehr schön, sehr schön. Guck mit. Jetzt wird's... Wo bist du runtergesprungen, Simon? Direkt hier runter oder bist du auf deine Plattform gesprungen? Ne, auf die Plattform dort. Die vor mir? Direkt vor dir. Tot. Ja. Jetzt schaust du auch so aus, Simon? Äh, Uni. Oh mein Gott. Ich mach... Er muss an die Kante springen und... Ja. Ja. Stopp, stopp, stopp. Ich zeig euch... Trick. Ihr müsst nicht auf die Stange springen. Guck mal. Ihr könnt einfach hier so... Oh. Freifeld. Simon Freifeld. Ist so, Alter. Weil ich einfach... Weil ich einfach scheiße faul bin, weißt du? Ist so, Alter. Den Faulen gehört die Welt. Das ist voll der geile Geheimgang hier, Oli. Was the fuck? Das ist crazy, Alter. Dass es den Weg gibt. Wow! Ah, habt ihr mich erschrocken, ihr Schweine, Alter. Alter. Wir haben ihn gefickt, Alter. Glaubst du... Nein. Okay. Ich gucke... Schau mal, wie jemand hier ist. Hallo? Hallo? Vorne ist ne Treppe für die... Für Anti-Zip-Line. Wir haben den Stich. Ah.